Hallo zusammen, heute Schweizer Unterricht, Geografie. Nein, doch. Heute sprechen wir über die Kantone. Was für Kanonen? Kantone, mein Gott, Kantone. Ach so. Ich weiß, keine Ahnung, oder? Was sind Kantone? Ähm, ihr sagt Bundesländer dazu. Ach so, sagt doch das Gleiche. Das habt ihr auch? Ja. Die Schweiz ist so klein und ihr habt Bundesländer. Ja, und wie viele? Keine Ahnung, drei. Total 26. Was? Ja. Also 24 ganzen und 4 halben. Ja, und das ist nebensächlich. Was machst du schon wieder hier? Ihr habt halbe Kantone. Ja, also z.B. Appenzell Innenhoden. Innenhoden? Ja, Innenhoden. Gibt es denn auch so etwas wie einen äusseren Hoden? Nein. Echt jetzt? Ja, gibt es auch. Ihr seid so geil, schlimm in der Schweiz. Es heisst Ausserhoden. Weisst du was? Was? Also, dank euch, dank dir fange ich an, die Schweiz zu mögen. Nein.